Hallo zusammen, ich grüße euch im Namen des Herrn Joshua Maschia. Willkommen zu unserer Sendung, die Stunde der Wahrheit. Herr, danke für diesen Moment. Danke für dein Wort und deine Gnade. Im Namen Joshua Maschia. Amen. So, liebe Geschwister, ich möchte uns also alle wieder ermutigen, im Wort des Herrn Joshua Maschia zu bleiben, sein Werk zu tun und sich für seine Wiederkunft zu vorbereiten. Halleluja. Also unser Herr kommt, er wird seine Gemeinde abholen, die Gemeinde Joshua Maschia, wie ich das also immer hier sage, die Gemeinde Joshua Maschia gehört zu ihm. Das ist seine Gemeinde. Menschen, die an ihn glauben, Menschen, die für ihn leben, Menschen, die nach seiner Wille leben, sein Wort folgen. Halleluja. Und heute möchte ich uns alle ermutigen, weiter mit ihm zu gehen. Ich sage immer, in dieser Sendung geht es um die Wahrheit, die Wahrheit aus der Bibel und wir sagen zurück zum Wort, zurück zu Joshua Maschia. Ich möchte also alle Geschwister in Deutschland, überall in dieser Welt sagen, zurück zum Wort ist das Evangelium. Wenn wir sagen zurück zum Wort, wir sagen bloß, also wir gehen zurück zu Joshua Maschia. Also hier wird das Evangelium gepredigt. Das ist nicht was so Besonderes oder, nee, es ist Besonderes, ja, aber ich sage bloß, es ist nichts anderes als das Evangelium, Joshua Maschia, zu folgen. Halleluja. Unser Herr sagt also, dass wir, wir sind also das Licht der Welt. Er sagt das, also Joshua sagt das in Matthäus Kapitel 5, Vers 14, ihr seid das Licht der Welt. Und im Psalm 119, also steht da drin, also dass sein Wort, so wie eine Lampe ist. Das Wort leuchtet auf dem Weg und zeigt uns den Weg. Joshua Maschia sagt auch, er ist das Licht. Und ich möchte was also hier lesen, in Johannes Kapitel 3. Aber bevor ich das lese, möchte bloß also sagen, dass die Bibel uns auch sagt, dass es viele, es gibt also Kinder des Lichts, Kinder des Herrn und auch Kinder des Finsternis und Kinder des Teufels. Also die Leute, die nicht Jesus zugehören und wollen nicht mal sein Wort folgen. Wollen nicht mal also die Wahrheit folgen. Ich habe also letztes Mal von diesem Geist, diesem Python-Geist, also letztes Mal erzählt, wo es Leute gibt, also die kommen also mit bestimmten Weissagungen, Prophezien und geben das an die Geschwistern und dann werden also die Leute, die Leute fallen einfach in ihre Gefangenschaft. Die dominieren, die manipulieren. Viele Kinder des Herrn also werden in dieser Welt manipuliert durch falsche Lehre. und nicht vergessen, also wenn jemand eine falsche Lehre bekommt, dann ist es wie auf einen falschen Weg zu gehen. Man läuft nicht mehr also mit Joshua-Maschia, man geht nicht mehr auf den Weg also mit Joshua. Man ist also in einer Gefangenschaft, Gefängnis. Joshua ist gekommen, uns zu befreien, aber diese falsche Lehre, diese falsche Prophezie, diese falsche Weissagungen, diese falsche Wörter, also nehmen die Leute in eine sogenannte Gefangenschaft, Gefängnis. Und man ist nicht mehr frei, man lebt also nach Wille von diesen Menschen und nicht mehr nach der Wille des Herrn. Weil die Bibel sagt, Joshua sagt, also in Johannes Kapitel 14, sagt, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit, ich bin das Leben. Joshua, Jesus Christus, ist die Wahrheit. Und wenn man also eine falsche Lehre bekommt, eine falsche Prophezie, etwas falsch, dann kann man, dann lebt man also in, wie sagt man das, in einer Gefangenschaft, im Gefängnis. Man ist nicht mehr frei. Joshua, Maschia befreit uns also von der Sünde, aber die Menschen bringen uns also wieder in Gefangenschaft. Ich erinnere mich, also 2009, schon lange her, 2009 hatte ich einen Traum. In dem Traum wurde mir also ein falscher Jesus, falsche Joshua gezeigt. und dieser falsche Joshua hatte viele Menschen in die Irre gebracht. Er kam raus und er hatte also eine bestimmte Musik gespielt und sowas und die Leute haben ihn also gefolgt. Und dann ist er zu mir gekommen und ich sagte, aber du bist nicht Joshua. Du bist nicht also der wahre Joshua. Er sagte, doch, ich bin es. Ich sagte, nein, du bist es nicht, weil Joshua tut sowas nicht. Also sogar diese falsche Joshua hatte bestimmte Werke, bestimmte Früchte und ich sollte diese falsche Joshua an seiner Früchte auch erkennen. Und der Herr hatte auch die, wie sagt man das, also diese Fähigkeit gegeben zu erkennen, also dass der da der Falsche war. Liebe Geschwister, wir sind, wir leben in einer Zeit, wo wir prüfen müssen. Wir müssen prüfen. Prüfen, ob jemand die Wahrheit sagt oder ob jemand nach dem Wort des Herrn also lebt. Man kann doch nicht also irgendwas also lernen, irgendwas also sagen, ohne dass niemand es prüft. Paulus, Paulus also ist also zu den, er war in einer Stadt, also Berührer, hatte dort ein paar Christen gesehen. Die Bibel sagt also, dass Paulus also diese, dass diese Menschen, diese Menschen täglich, täglich, also die hatten also geprüft. Die hatten das Wort überprüft. Liebe Geschwister, die haben nicht also einfach alles, alles übernommen, alles also getan, also was sie, ähm, was Paulus, was Paulus gesagt hatte, aber die hatten überprüft. Versteht ihr? Das ist, das ist das Wort. Und nicht einfach so, ja, äh, äh, und das ist, das ist das Problem. Wir können das also lesen. Gehen wir, gehen wir in Paulus, äh, 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 gehen wir in die Bibel und lesen wir mal also was, was da passiert ist, weil die Leute wollen nicht mehr, die Leute wollen nicht mehr prüfen. Die Leute wollen einfach nicht mehr prüfen. Halleluja. In, äh, ich nehme also die Version Schlachter hier und dann nehme ich, äh, gehen wir in Apostelgeschichte, Apostelgeschichte, Kapitel 17, Apostelgeschichte, Kapitel 17, die, genau, die Aufnahme des Evangeliums in Berühr, also ab Vers 10. Lesen wir, ich mache das ein bisschen größer. Halleluja. Nein, es ist, äh, so einfach, so geht es nicht. Wir haben das Recht und ich sage das immer, immer und immer wieder. Wir haben das Recht zu prüfen. Also in Vers 10, die Brüder aber schickten sogleich während der Nacht Paulus und Silas nach Berühr, wo sie sich nach ihrer Ankunft in die Synagoge der Juden begaben. Also Vers 11, diese aber waren edler, gesinnt, als die in Thessalonisch und nahmen das Wort mit aller Bereitwilligkeit auf und sie forschten täglich in der Schrift. Lieber Geschwister, lies mal, nochmal. Und sie forschten täglich in der Schrift, ob es sich so verhalte. Könnt ihr euch also vorstellen? Sie haben das so überprüft. Nehmen wir mal also Elberfelder. Elberfelder, nehmen wir also die Version Elberfelder und lesen wir nochmal also diese Vers, Vers Nummer 10. Halleluja. Halleluja. Vers Nummer 10, äh, Nummer 11. Vers 11, also Apostelgeschichte, 17, Vers 11. Diese aber waren edler als die in Thessalonisch. Sie nahmen mit aller Bereitwilligkeit das Wort und, äh, das Wort auf und untersuchten, untersuchten täglich die Schriften, ob dies sich so verhielt, also forschten, untersuchen, die haben untersucht, die haben also mit Paulus selber untersucht und überprüft und, und, und zu sehen, also ob es wirklich stimmte. Wow! Weil, also diese, diese Kinder, diese, diese Leute aus Thessalonisch, die, äh, in Berühr, die wollten nicht, also wie die Leute von Thessalonisch sein, also die haben, nein, 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 wir wollen überprüfen, kommt doch nicht hier und mit irgendwelchen Sachen, der Herr sagt, der Herr sagt, der Herr sagt, ja, äh, stimmt das überhaupt, also was du sagst? Die haben geforscht, untersucht, das Wort, überprüft, Halleluja! Aber heutzutage, also kommen die Leute, hm, wir müssen aufpassen, aufpassen, die, die immer versuchen, im Verborgen, die Geschwister nehmen, also, wenn es also eine Konferenz oder die Leute sich treffen, es gibt also christische Treffen und so gibt es also immer irgendwelche Leute, die die Geschwister in eine Ecke oder irgendwo nehmen und sagen, der Herr hat mich über das, über das gesagt, über dein Leben und, 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 passt auf, wenn ihr also solche Wörter nehmt, wenn ihr also solche, äh, sogenannte Eingebungen nehmt oder, oder was also von, von irgendeinem, ein Prophet, ihr nehmt es auf, wenn ihr nicht aufpasst, dann werdet ihr also in, in eine Gefangenschaft fallen, Gefängnis, dann könnt ihr nicht mehr also die, 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 die Freiheit, also diese Freiheit von Joshua Maschia erleben. Pass auf, pass auf, deswegen ist es wichtig, die Wahrheit, wie sind Kinder das Licht, es ist wichtig, die Wahrheit, die Wahrheit zu leben, die Wahrheit zu sagen, wenn man also nicht einverstanden ist, sagt einfach, ich bin nicht einverstanden, wenn ich, wenn du nicht verstehst, sag, ich verstehe das nicht, es geht nicht darum, also ob jemand so groß oder klein oder fett oder keine Ahnung, oder, wenn jemand also so angesehen wird, oder, er ist ein Pfarrer oder ein Pastor oder Apostel oder keine Ahnung, prüft, prüft und prüft und prüft, Halleluja, deswegen sagen wir hier, zurück zum Wort, zurück zu Joshua Maschia, prüft, prüft, wir haben das Recht zu prüfen, Halleluja, guck mal also, was passiert, es gibt also eine Geschichte in der Bibel, in Johannes Kapitel, Kapitel 3, Halleluja, Johannes Kapitel 3, ein Mann namen Nikodemus, er hatte jeden Tag Jesus, Joshua gehört, er hatte auch von, die Menschen haben auch so viele Sachen über diese Joshua erzählt, guck mal, also in, ich glaube in Matthäus 16, steht da, Joshua fragt, also seine Jünger und sagt, okay, was sagen die Leute überhaupt also über mich, und die sagen, ja, einige sagen, du bist der da, du bist so, du bist so, kann sein, dass diese Nikodemus auch davon gehört hatte, diese Nikodemus war auch in dieser Stadt, er hat Joshua gesehen, er hat auch mit Leuten geredet und die Leute haben also so viel von Joshua erzählt, die haben gesagt, ja, ich glaube, das ist Jeremia, oder nein, das ist der Prophet Elia, der zurückgekommen ist und das ist der, 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 und die Pharisäer haben auch viele Dinge über diese Joshua erzählt, ah Joshua, du bist, du bist der da, Joshua ist also ein Lügner, er ist so, er ist ein falscher Prophet, er ist bla bla bla, so viele Dinge erzählt, die haben so viele über diese Joshua erzählt, aber Nikodemus, war, Nikodemus war auch Teil dieser Pharisäer, aber Nikodemus hatte diesen Mut zu Jesus, er hatte den Mut bekommen, also zu Jesus zu gehen, zu kommen und selber zu prüfen, selber, er hat also das Gespräch mit Joshua, gesucht, allein mit Joshua, es war, also Vers 1, es war aber ein Mensch aus der Pharisäer mit Namen Nikodemus, ein Oberster der Juden, er war ein Oberster der Juden, dieser kam zu ihm bei Nacht und sprach zu ihm, Rabbi, also er kam bei Nacht, erstmal, er hat sich also versteckt, er wollte nicht, dass die Leute wissen, okay, also ich rede mit Jesus, er hat sich versteckt, er ist in der Nacht gekommen, damit die Leute nicht mal wissen, okay, er hat also ein Gespräch mit Jesus, er wollte nicht, dass die Pharisäer auch das erfahren, in der Nacht, versteckt, aber Joshua ist so gut, sogar wenn du dich versteckst und komm zu ihm, sogar wenn du, du nimmst also irgendeinen Weg, also zu Joshua zu kommen, er ist so gütig, so liebevoll und er wird dich also trotzdem die Wahrheit erklären, Halleluja, Nicodemus kam zu ihm, Nicodemus war jemand, ein angesehener Mann, so bekannt, so berühmt, also unter den Juden, das sagt also die Bibel, die Bibel sagt, er war ein Oberster der Juden, ein Oberster der Juden, er ist gekommen, hatte mit Joshua geredet und Joshua, er hatte Fragen, Oberster der Juden, Pharisäer, das heißt, er kannte das Wort, er kannte die Tora, er hatte die Tora gelernt und die Tora auch, wahrscheinlich auch gelehrt, Oberster der Juden, unter den Pharisäern, wir haben doch letztes Mal also von Pharisäern ein bisschen erklärt, also wer die Pharisäer waren, die Pharisäer, ausgesondert, Pharisäer bedeutet ausgesondert, die waren ausgesonderte Leute, nicht gemischt also mit dem Volk, Leute, die gaben an, also das Wort, die Tora zu kennen, sogar Joshua sagte, hey, die Pharisäer, tut was sie sagen, tut was sie lernen, aber tut nicht, was sie tun, das heißt, also Joshua hatte auch erkannt, dass diese Menschen die Tora, das Gesetz, gelehrt hatten, also er kannte, er kannte die Tora, er kannte die ganzen Sachen, aber er war nicht von oben geboren, und Joshua hat ihm also von, von, von dieser oben, von dieser Geburt von oben erzählt, erklärt, willst du ins Reich des Herrn reinkommen, da musst du von oben geboren werden, und Nicodemus war so überrascht, er war so überrascht, also die Lehre von Joshua, Maschia, er fragte sogar, ich mache so die Geschichte ein bisschen kurz, also in Vers, Vers 3, Jesus, Jesus antwortete und sprach zu ihm, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, also hier von, von, von oben her geboren wird, kann er das Reich Gottes nicht sehen, Nicodemus wollte das Reich Gottes sehen, und der Herr sagte ihm, du musst von oben geboren werden, neu geboren, und er hat das nicht verstanden, wie kann ein Mensch geboren werden, wenn er als, wenn er alt ist, er kann, Jesus antwortete, also Vers 5, Entschuldigung, ich muss da so ein bisschen weiter, ein bisschen schneller gehen, weil ich etwas anderes erklären möchte, aber ich nehme das also als Einführung, also Einführung, für was ich also euch heute vermitteln möchte, Vers 5, Jesus antwortete, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, kann er nicht in das Reich Gottes hineingehen, die Voraussetzung ist das Wort, du musst von oben, vom Geist geboren werden, von oben, von Joshua, du bekommst also den Geist des Herrn, du bist verändert und so kannst du, so kannst du ins Reich des Herrn reinkommen, das ist also was, was Joshua ihm gesagt hatte, aber er hat nicht verstanden, er hat nicht verstanden, Vers 9, Nikodemus antwortete und sprach zu ihm, wie kann dies geschehen, liebe Geschwister, Vers 9, Nikodemus hatte die Frage gestellt, wie kann dies geschehen, er hatte nicht verstanden, und guck mal, was Joshua, liest mal, was Joshua Maschia gesagt hat, in Vers 10, Jesus antwortete und sprach zu ihm, du bist der Lehrer Israel und weißt das nicht, wow, du bist der Lehrer Israel, er war ein Lehrer, Joshua sagt ihm, du bist der Lehrer Israel und sowas kennst du nicht, wie kann es sein, dass du die Leute das Wort des Herrn lehrst, wie kann es sein, dass du so viele Sachen hier tust, wie kann es sein, dass die Leute dich also so groß und so als Oberste sehen, wie kann es sein, dass du so bekannt, so berühmt, so groß, so unter den Pharisäern bist und sowas kennst du nicht, sowas, du hast keine Ahnung, dass man vom Oben geboren sein muss, damit man ins Reich des Herrn reinkommen kann, wie kann es sein, also liebe Geschwister, man kann also so viel tun, man kann das Wort, man kann so viel erklären, man kann so viele Lehre geben, man kann eine Tafel voll mit Bibelverse reinschreiben und, 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 und. Und ist man nicht von oben geboren. Der Schock, ein Schock. Sogar Joshua musste ihm die Frage stellen, wie kann es sein, wie kann es sein, dass du der Lehrer Israel bist und sowas kennst du nicht. Sowas, das ist also Pipifaxa so für die Leute, die den Herrn, für die Lehrer, das sind die Grundlagen, das sind, das sind die, die ersten Sachen, die man wissen muss. Wie kann es sein, dass du der Lehrer Israel bist und sowas kennst du nicht. Joshua marschiert. Joshua. Nochmal, Vers 10, liebe Geschwister, könnt ihr euch vorstellen, Jesus antwortete und sprach zu ihm, du bist der Lehrer Israel und weißt das nicht. Das bedeutet, es gibt Leute, die predigen, die gehen überall auf Mission oder sowas, geben das Wort, tun so viele Sachen, haben riesige Gemeinde, sind Pastoren, Apostel und so weiter und sind nicht von oben geboren. Der Schock. Ein Schock. Weil die Bibel sagt, an ihre Früchte werden wir sie erkennen. Die werden also an ihre Früchte erkannt werden. Es gibt so viele Tests. Man muss einfach bestimmte Tests durchgehen und dann sehen wir, dass sie einfach durchfallen. Die fallen alle durch. Wenn man einfach die Früchte sieht. Guck mal, Vers, wir sind immer noch in Johannes Kapitel 3, aber schau mal, einer der Tests. Tests. Test, Test, in Vers, Vers 19. Vers 19 sagt, dies aber ist das Gericht, dass das Licht in die Welt gekommen ist. Und die Menschen haben die Finstern nicht mehr geliebt als das Licht, denn ihre Werke waren böse. wenn die Werke böse sind, daran erkennen wir, dass sie das Licht nicht haben. Dass die die Finstern nicht geliebt mehr als das Licht geliebt haben. Das ist, was das Wort uns sagt. Und Vers 20, denn jeder, der Arges tut, hasst das Licht und kommt nicht zu dem Licht, damit seine Werke nicht bloß gestellt werden. Das heißt also, wenn jemand Böses tut, er kommt nicht zum Licht. Wenn man Böses tut, er versteckt seine Werke. Er versteckt seine Tuns, kommt nicht zum Licht, bleibt ihm verborgen, hat Angst, dass seine Werke bloß gestellt werden. Noch ein Test. Vers 21, wer aber die Wahrheit tut, kommt zum Licht, damit seine Werke offenbar werden, dass sie in Gott gewirkt sind. Die Leute, die böse tun, die Leute, die verstecken sich, bleiben in Verborgenheit, gehen zu den Leuten, sagen, der Herr hat das gesagt, sagt das nicht, der Herr hat das gesagt, der hat das gesagt, und wenn du sowas nimmst, bleibst du im Gefängnis, der Tag, wo du sagst, okay, hallo, du hast das gesagt, wenn du versuchst, also die Dinge bloß zu stellen, ins Licht zu bringen, funktioniert nicht mehr. Wer die Wahrheit liebt, kommt ans Licht. Wer die Wahrheit liebt, kommt ans Licht. Er bleibt nicht versteckt. Paulus hatte gepredigt, Paulus hat das Wort dort gegeben. Die Berührer haben gesagt, hallo, wir wollen prüfen. Das nennt man das Licht. Die haben zusammen das Wort untersucht, das Wort geforscht, alles ans Licht gebracht, bloß gestellt, alle haben gesehen, alle haben überprüft und gesagt, ja, das stimmt, so ist das. Nicht diese, Herr hat gesagt, Herr hat gesagt, Herr hat gesagt, und man prüft, und dann passt es überhaupt nicht. Zurück zum Wort. Die Bibel sagt, ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch freimachen. Das ist die Wahrheit. Das ist das Licht. Deswegen sagt die Bibel sagt das Wort, dass wir Kinder des Licht, wir sind das Licht der Welt. Wir bringen das Wort, die Wahrheit, damit die Menschen erkennen, dass die Wahrheit die Wahrheit ist. Halleluja! Oh, Joshua Maschia! Ich danke meinem Herrn! Ich danke meinem Herrn! Könnt ihr euch vorstellen? Denn jeder, der Arges tut, jeder, der Böse tut, hasst das Licht. Die kommen nicht. Die kommen nicht. Guckt mal, wenn jemand die Wahrheit sagt, kommt zu dir und sagt, dieser Bruder hat das und das gemacht, er hat so und so und so gemacht. Ruf den Bruder an. Sprich, bring die Leute einfach zusammen. Du sagst, mein Bruder hätte was so falsch gemacht. Stimmt das? Das nennt man das Licht. Das nennt man das Licht, weil es böse Menschen gibt, böse, falsche Christen, falsche Lehrer, die gehen in die Gemeinde, zerstören das Leben von Familien, kommen in die Mitte von Leuten und erzählen irgendwelche Sachen. Der, der hat das gemacht, der, der hat das gemacht. Aber in dem Moment, wo du versuchst, die Wahrheit ans Licht zu bringen, die laufen weg. Die laufen weg. Und so erkennt man, dass diese Menschen nicht die Kinder des Licht sind, nicht das Licht der Welt sind, nicht Kinder des Herrn sind, weil unser Herr Licht ist. Halleluja. Halleluja. Wer die Wahrheit, wenn du nach der Wahrheit leben willst, dann bringt die Wahrheit ans Licht. So ist es. Was bringt es überhaupt zu verstecken, immer zu verstecken, immer zu verstecken, immer zu verstecken. Kinder des Licht reden, bringen das Licht vor alle Menschen. Die Behörer haben das gemacht. Halleluja. Halleluja. Deswegen, die Bibel sagt uns, also in Epheser, oh, Epheser 5, Epheser 5, ich liebe, ah, diese Verse, die verfolgen mich, also mein ganzes Leben. Epheser 5, Halleluja. Ab, Epheser 5, ab, ab, ab Vers, ab Vers 5, ja genau, ab Vers 6, ich sage ab Vers 6, Halleluja. Oh, Joshua Maschia. Oh, Halleluja. Vers, Vers 6, niemand verführe euch mit leeren Worten, denn diese Dinge wegen, äh, wegen, kommt der Zorn Gottes über die Söhne des Ungehorsams. Seid also nicht ihre Mitteilhaber, denn einst wart ihr finsternicht, könnt ihr, lest mal das, denn einst wart ihr finsternicht. Früher waren wir finsternicht, als wir Joshua Maschia nicht erkannt, nicht gekannt hatten. Wir haben in der Sünde gelebt, wir haben nicht nach dem Wort des Herrn gelebt, wir haben nicht Jesus gekannt, wir haben nicht von Jesus erfahren. Und deswegen sagt die Bibel hier im Vers 8, denn eins wart ihr finsternicht, jetzt aber seid ihr Licht im Herrn. Halleluja. Wir sind Licht im Herrn, wandelt als Kinder des Lichtes. Halleluja. Wir sollen also als Kinder des Lichtes wandeln. Was bringt es diese Verstecken, diese Saja, jemand kommt und sagt, weißt du, der Bruder da ist so bla 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 und dann nimmst du das. Und er sagt immer, der Bruder da ist so und so und so sag ihm nicht. Bitte sag ihm nicht. Nein! Stopp! Sagt einfach, hey, hallo, ich bin ein Kindes Licht. Wenn du sowas über einen Bruder oder eine Schwester oder irgendjemand sagt, ich hole die Person sofort, nehme mein Telefon, rufe ich an und sage, okay, du hast das gesagt, er sagt sowas. Stimmt es? Wandert als Kinder des Licht, denn die Frucht des Licht besteht in lauter Güte. Es gibt Früchte von Kinder des Licht, Halleluja. Deswegen sagt Joshua in Matthäus 7, an ihre Früchte werdet ihr sie erkennen. Wow! Die Früchte, wir müssen die Früchte gucken. Lass mal diese Weissagungen, diese Prophezie, diese Leute, die fallen, die Stühle sagen, der Herr hat gesagt, der Herr hat gesagt. Die Früchte wollen wir sehen. Denn die Früchte besteht in lauter Güte und Gerechtigkeit und Wahrheit. Halleluja! Die Wahrheit teilt diese Früchte. Wenn man das nicht besteht, dann muss man sich die Frage stellen, bist du wirklich ein Kindes Herr? Bist du ein Kindes Licht? Gehörst du wirklich zu Joshua Maschia? Vers 10 Indem ihr püfft, Halleluja! Halleluja! Oh, Joshua! Danke! Ach, Herr, ich danke dir. Ich muss also eine kleine Pause. Ich muss also hier kurz pausieren und sagen, wow, Joshua, danke! Dein Wort ist die Wahrheit. Es ist alles da. Du hast uns das Ganze gegeben. Aber weil wir schwach sind, weil wir einfach den Menschen folgen, statt dein Wort, fallen wir in ihre, wie sagt man, dann kommen wir in ihre Gefängnis, in ihre Manipulation. Die kommen, manipulieren die Kinder des Herrn. Aber Herr, ich preise deinen Namen. Ich danke dir, Joshua Maschia, dass du uns dein Wort gegeben hast. Halleluja! Du sagst, prüft! Wir sollen prüfen! Herr, ich bete für die Kinder des Herrn, die Kinder des Lichten. Prüf, dass wir alle prüfen, dass wir in dein Wort zurückgehen, dass wir zurück zum Wort gehen, zurück zum Evangelium. Halleluja! Das Evangelium, die gute Nachricht, die gute Nahrung. Halleluja! Uh! Herr, danke! Danke, 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 Joshua Maschia. Vers 10, indem ihr prüft, was dem Herrn wohlgefällig ist. Wow! Prüfen, was dem Herrn wohlgefällig ist. Stimmt das? Hat das wirklich mit dem Herrn zu tun? Warum kommst du hier und gib mir so irgendwelche Prophezie, irgendwelche Wörter, irgendwelche Sachen? Der Herr hat gesagt, du musst das ein Haus bauen. Aber der Herr hat mir das nicht gesagt. Der Herr hat gesagt, der da ist dein Mann. Oder der da ist also deine Frau. Aber du liebst die Person überhaupt nicht. Und dann kommt irgendjemand und sagt, okay, diese Person da drüben wird dein Mann sein, du sollst sie heiraten. Aber du musst es prüfen. Du musst es prüfen. Der Herr hat gesagt, dein Geld gehört zu diesem Projekt. Der Herr hat gesagt, du sollst das und das tun. Prüft, liebe Geschwister, prüft. Prüft, ob das wohlgefällig ist. Prüft, ob der Herr es wirklich will. Geh ihm sein Wort. Betet. Nimm die Zeit. Frag den Herrn. Und wenn du nicht anverstanden bist, sag, ich bin nicht anverstanden. Nein, der Herr hat das nicht bestätigt. Ohne Bestätigung. Warum sollst du das also tun? Tut. Deswegen sagt die Bibel, gebt. Wir sollen jetzt also aus unserem Herzen geben. Ohne Zwang. Ohne Druck. Ohne Zwang, ohne Druck. Nein, du gibst aus, weil der Herr, der Herr liebt, also jemand, der so gibt. Halleluja. Sogar unser Herr Joshua Maschia, er zwingt uns nicht, ihm zu folgen. Er sagt, ich lege vor dir, also Gerechtigkeit und Ungerechtigkeit, ich lege vor dir, Leben und Tod, ich lege vor dir, also Licht, Ewigkeit, Licht, findest du nicht, ich lege vor dir, Ewigkeit, also mit mir, und Ewigkeit in der Hölle. Dann sollst du dich also entscheiden. Aber, ich sage dir, nimm lieber meinen Weg. Weil wenn du nicht meinen Weg nimmst, dann wirst du verloren. Bist du verloren. Er sagt immer, das ist mein Weg. Folg mir. Vom ganzen Herzen. Entscheide dich also für mich. Kinder des Licht. Kinder des Licht. Halleluja. In Vers 10, indem ihr prüft, was dem Herrn wohlgefährlich ist, Vers 11, und habt nicht gemein mit den unfruchtbaren Werken der Finsternis, sondern stellt sie vielmehr bloß. Wow. Bloß stellen. Die Kinder des Herrn bringen die Werke der Finsternis ans Licht, damit die Leute, damit alle erkennen und sehen, wow, so wurden wir, so wurden wir, wie sagt man das, manipuliert. Wow. Und jetzt sind wir befreit. Aber die, die böse tun, die verstecken gern. Ingeheimnis hier, hier, links, rechts, und so, fallen hier, fallen da, und, 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 habt Angst da, und, 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 und. Aber die, die Kinder des Lichts bringen die Werke der Finsternis also ans Licht, damit, damit alle, alle sie einfach sehen. Diese, diese Werke werden bloß gestellt. Alleluja. Und damit wir keine Gemeinschaft, keine Gemeinschaft mit diesen Werken der Finsternis haben. Alleluja. Joshua, Maschia bringt die Trennung. Er bringt die Trennung. Alleluja. In 2. Korinther, Kapitel 6, Vers 14 steht, was hat das Licht, was hat das Licht mit dem Finsternis zu tun? Lesen wir das, lesen wir das schnell. Halleluja. 2. Korinther, oh, Joshua, oh, Joshua, Maschia. 2. Korinther 6, Vers 14, Geht nicht unter fremd, genau, geht nicht unter fremdhartigen Joch mit Ungläubigen, denn, welche Verbindung haben Gerechtigkeit und Gesetzlosigkeit? Oder welche Gemeinschaft Licht mit Finsternis hat? Ha? Welche Gemeinschaft? Es gibt keine Gemeinschaft mit Licht, also Licht und Finsternis. Nein, nein, nein. Nein. Das ist, was das Wort uns sagt. Keine Gemeinschaft. Deswegen sollen wir prüfen, ob das wohl gefällt, also ob das dem Herrn gefällt. Und wenn wir prüfen, wir prüfen, damit wir nicht Gemeinschaft mit Finsternis haben. Halleluja. Halleluja. Unser Herr ist wunderbar. Unser Herr will uns retten. Unser Herr ist da. Ah, Joshua, Maschia. Kinder des Lichts, Kinder des Finsternis. Welches Kind bist du? Bist du ein Kind des Lichts oder des Finsternis? Willst du weiterhin im Finsternis bleiben? In der Dunkelheit bleiben? Willst du deine Geheimnisse, diese versteckten Sachen über die Geschwister, über die so, so und so? Man hat gesagt, der da ist also eine Hexe, die da ist eine Hexe, so und so und so und so. Und das Ganze versteckst du und so weiter. Und dann lebst du so in Gefangenschaft? Hab Angst vor Geschwistern? Kann nicht mehr so mit bestimmten Leuten essen? Angst vor deinen... Die kommen und sagen, diese falschen Lehrer, kommen und sagen, ja, deine Mutter, deine Mutter will dich töten. Deine Mutter ist also eine Hexe. Dein Onkel ist also so. Deine bla bla bla. Wenn deine Mutter eine Hexe ist und dich töten will, meine Güte, sie hätte dich also schon längst getötet. Du wärst nicht mal auf diese Welt gekommen. Schon in ihrem Bauch hätte sie dich also schon getötet. Sie hat das nicht getan. Und dann kommt irgendein falscher Prophet und erzählt Dinge wie, deine Mutter will dich also töten. Ist deine Mutter, sind diese Hexer stärker als Joshua, wenn du mit dem Herrn wandelst, wenn Joshua in deinem Leben ist, ist Joshua nicht stärker als diese ganze Hexe? Wahnsinn. Wahnsinn. Es macht mich richtig wütend, Halleluja. Es macht mich richtig wütend. Es ist unglaublich. Es ist unglaublich. Diese Leute, die geben an, also als Kinder, die geben an, also ins Licht zu wandeln, wie Kinder des Herrn, obwohl sie nicht mal also Kinder des Herrn sind. die zeigen also ein falsches Licht. Guck mal, immer noch, wir sind jetzt in 2. Korinther Kapitel 6, sogar in 2. Korinther 6, in 2. Korinther Kapitel 11, Kapitel 11, gibt es noch sowas. Also ich gehe mal bis 11. Ach, Joshua Maschia. 11, 11, 14, sieht mal, sieht mal, und kein Wunder, denn der Satan selbst nimmt die Gestalt eines Engels des Lichts an. Könnt ihr euch vorstellen? Sogar diese Diener des Satan, die kommen, die bringen also ein falsches Licht und geben, geben das Gefühl also, dass sie auch Kinder des Herrn sind. Ja? Sie sind also das Licht, aber man erkennt diese Leute an ihren Werken, ihren Tunen. Nicht also diese Prophezie, die Gabe und so weiter. Der Teufel kann auch so Wunder tun. Der Teufel kann auch bestimmte Sachen tun. Aber die Früchte des Geistes, die Früchte von Joshua Maschia, nee. Die Bibel sagt hier, kein Wunder, denn der Satan selbst nimmt die Gestalt eines Engels des Lichts an. Es ist daher nicht groß, wenn auch seine Diener die Gestalt von Diener der Gerechtigkeit annehmen und ihr Ende wird ihren Werten entsprechen. Ihre Werten! Man erkennt sie an ihren Werten. Die kommen, sagen, ja, ich bin auch ein Kind des Herrn, lernen, machen so viele Dinge, aber sind nicht vom Herrn. Sind nicht vom Herrn. Zeigen ein falsches Licht, aber wenn man die Werke guckt, wenn man ihre Früchte prüft, und dann sieht man, was ist los überhaupt mit dem Kerl? was ist los, wenn man sie prüft? in 1. Johannes, guck mal, guck mal, guck mal, guck mal, lesen wir, in 1. Johannes, ah, das Wort, ich liebe das Wort, ich liebe das Wort, Halleluja, 1. Johannes, Kapitel 2, ich glaube, also dort gibt es einen kleinen, einen kleinen Test, kleinen Test, also, also, genau, Vers 3, 1. Johannes, Kapitel 2, Vers 3, und hieran erkennen wir, dass wir ihn erkannt haben, wenn wir seine Gebote halten. Wer sagt, ich habe ihn erkannt und hält seine Gebote nicht, ist ein Lügner, ist ein Lügner, und in dem ist nicht die Wahrheit, nicht. Diese Personen, die sagen, ja, wir kennen Joshua, Joshua ist mein Herr, Joshua ist mein, aber halten nicht seine Gebote. Wer aber sein Wort hält, in dem ist wahrhaftig die Liebe Gottes vollendet. Hieran erkennen wir, dass wir in ihm sind. Wer sagt, dass er in ihm bleibe, ist schuldig, selbst auch so zu wandern, wie er gewandert ist, genau. Wir sollen genauso wie Joshua marschier wandern, sogar wenn es nicht mal klappt, ab und zu mal haben wir Schwierigkeiten, genauso, aber wir kommen zum Herrn und sagen, Herr, vergib uns und hilf uns weiter zu gehen. Vers 7, Geliebte, nicht ein neues Gebot schreibe ich euch, sondern ein altes Gebot, das ihr von Anfang an hattet. Das alte Gebot ist das Wort, das ihr gehört habt. Wiederum schreibe ich euch ein neues Gebot, das was wahr ist, in ihm und in euch, weil die Finster nicht vergeht und das wahrhaftige Licht schon leuchtet. Halleluja! Wer sagt, dass er im Licht sei, lieber, liebe Geschwister, lest mal, lest mal, lest mal, Vers 9, wer sagt, dass er im Licht sei und hasst seinen Bruder, ist in der Finster nicht. Bis jetzt. Wow! Du sagst, dass der Typ dein Bruder ist. Das ist mein Bruder. Und dann gehst du hinter dein Bruder, dein sogenanntes Bruder und erzählst böse Sachen über ihn. Richtig böse! Vers 10 Wer seinen Bruder liebt, bleibt im Licht und kein Anstoß zu Sünde ist in ihm. Wer aber seinen Bruder hasst, ist in der Finsternis und wandert in der Finsternis und weiß nicht, wohin er geht, weil die Finsternis seine Augen verblendet hat. Wow! 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 Das Wort ist so klar! Das Wort ist so klar! Die Bibel nennt diese Leute die Antichrist! Oh, meine Güte! Halleluja! Danke, Joshua Maschia, für dein Wort! Oh, 1. Johannes ist immer noch in 1. Johannes! Die Bibel nennt diese Leute die Antichrist, oder? Also ne, wir waren also 1. Johannes Kapitel 2. Ah! Halleluja! 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 Ich suche diese Es ist doch so! Warte mal, warte mal, warte mal, warte mal, Halleluja! Halleluja! Genau! Das ist also in 1. Johannes Kapitel 2. Danke, Joshua Maschia, für dein Wort! Also, Vers 20 Und ihr habt die Salbung von den Heiligen und habt alle das Wissen. Ich habe euch nicht geschrieben, weil ihr die Wahrheit nicht kennt, sondern weil ihr sie kennt und wisst, dass keine Lüge aus der Wahrheit ist. Liebe Geschwister, keine Lüge aus der Wahrheit ist. Wer ist der Lügner, wenn nicht der, der leugnet, dass Jesus Christus ist? Der ist der Antichrist, der den Vater und den Sohn leugnet. Jeder, der den Sohn leugnet, hat auch den Vater nicht. Wer den Sohn bekennt, hat auch den Vater. Ihr, was ihr von Anfang an gehört habt, bleibet in euch. Wenn in euch bleibt, was ihr von Anfang an gehört habt, werdet auch ihr in dem Sohn und in dem Vater bleiben. Es gibt falsche Antichristen, falsche Leute, Kinder, wie sagt man das, Kinder des Teufels. Kinder des Teufels. In Kapitel 3 steht das, wenn man in der Sünde lebt, das ist ein Kind des Teufels. Halleluja. Die kommen nicht ans Licht. Die verstecken sich. Wollen nicht. Wollen einfach nicht mit dem Herrn die Wahrheit haben. Gehen hin und her, erzählen irgendwelche Sachen und zerstören die Gemeinde. Zerstören die Gemeinde. Die Leute haben was vom Herrn bekommen, die kommen und zerstören das. Ah, Joshua Maschia. Die Bibel sagt also, dass sie die Wahrheit nicht haben. Die haben die Wahrheit nicht in sich. Und nehmen viele Leute in Gefangenschaft. Und deswegen steht, sagen wir, zurück zum Wort. Zurück zu Joshua Maschia. Die Bibel sagt, der Herr sagt, wir sollen sein Wort behalten. Wir sollen in ihm bleiben. Seine Gebote behalten. Alleluja. Alleluja. Unsere Geschwister und die Brüder leben und nicht das Leben von Geschwister zerstören. Lieber Geschwister, könnt ihr euch das auch vorstellen? Könnt ihr euch vorstellen? Es ist Wahnsinn. Der Herr hat es gesagt. Der Herr sagt, du bist ein Prophet. Aber der Herr hat das nicht bestätigt. Wenn er sagt, dass du ein Prophet bist, dann wird der Herr das bestätigen, dass du ein Prophet bist. Aber nicht einfach sagen, du bist ein Prophet und das stimmt nicht. Du brauchst also die Bestätigung vom Herrn, dass du ein Prophet bist. Der Herr sagt, du willst ein Haus bauen für den und den für sowas. Ja, schön. Aber du brauchst die Bestätigung des Herrn. Und manchmal, bevor du sogar glaubst, du musst auch das Leben von diesen Personen überprüfen. Diese Leute, diese Weissagung oder sowas gegeben haben. Man muss auch gucken, wie leben überhaupt diese Leute. Oh Herr, oh Herr, oh 1 Johannes Kapitel 2, das habe ich gerade gelesen, Vers 18 Kinder, es ist die letzte Stunde und wie ihr gehört habt, dass der Antichrist kommt, so sind auch jetzt viele Antichristen aufgetreten. Viele. Daher erkennen wir, dass es die letzte Stunde ist. Vers 19, ich will also hier behenden. Vers 19 steht, von uns sind sie ausgegangen, aber sie waren nicht von uns. Denn was sie von uns, also, denn wenn sie von uns gewesen wären, würden sie wohl bei uns geblieben sein. Aber sie blieben nicht, damit sie offenbar wurden, dass sie alle nicht von uns sind. Halleluja. Die sind von uns, von uns ausgegangen, waren da, in unserer Mitte. Was ist ein Antichrist? Ein Antichrist ist also jemand, er tut nur so, als ob er mit uns da wäre, aber im Hintergrund arbeitet er gegen Joshua, ein Anti-Mashiach. Joshua hat uns alle berufen, seinen Weg zu tun. Diese Antichrists kommen und bringen uns also woanders. Geben uns erstmal das Gefühl, Joshua zu folgen, aber im Hintergrund. Die verhindern uns, den richtigen Weg zu folgen, in der Wahrheit zu bleiben. Die Zeit ist gekommen, liebe Geschwister, dass wir damit aufhören, in Verstecken zu handeln. Wenn jemand vom Licht ist, soll seine Werke bloß stillen, soll einfach ans Licht kommen und tun. Es bringt überhaupt nicht. Diese ganze Verstecken hin und her, wenn man in einer Gemeinde ist, eine Versammlung ist, bringt die Wahrheit ans Licht. Hilft die Geschwister, weil die Wahrheit die Geschwister befreit. Wenn jemand eine falsche Lehre bringt oder eine Lehre bringt, die Gemeinde soll prüfen. Sogar wenn die Leute in einer Gemeinde Prophezie gegeben hatten, die Bibel sagt, wenn eine weiß sagt, die andere prüfen. So ist es. Weil viele verführerische Lehrer falsche sind gekommen und geben an, das Wort zu kennen und verführen viele Leute. Ich danke Joshua Maschia, weil ich auch viele Jahre ich habe so oft erlebt, dass Leute zu mir gekommen sind mit falscher Lehre, falschen Sagen. Aber mit der Gnade Joshua Maschia, durch seine Gnade hat er mich immer ausgeholt. Ich habe jetzt gelernt, immer meine Umgebung mit dem Wort des Herrn zu prüfen. Und wenn was nicht passt, mit Liebe die Wahrheit rausbringen. Weil wir wollen nicht, die Leute in ein Gericht zu bringen oder verurteilen. Nein. Wir wollen einfach, dass die Wahrheit ans Licht kommt. Und wer die Wahrheit erkennt, wird befreit werden. Ich danke Joshua Maschia. Danke Herr. Und ich bete für alle meine Geschwister in ganz Deutschland, überall, dass der Herr uns Hilfe vergibt, falsche Lehre genommen zu haben. Und dass er uns befreit von allen falschen Lehren. Danke Herr für alles, was du tust. Im Namen Joshua Maschia. Amen. Amen.